Bremen 1. Die Chronik. 23. Januar 1999. Heute vor 20 Jahren heirateten Prinzessin Caroline von Monaco und Ernst August Prinz von Hannover. Jens Schellhaas. Sie haben nicht viel rausgelassen und die Presse hat sich darauf eingelassen. Denn allein 1998 erstritt Prinzessin Caroline von Monaco von den Medien umgerechnet knapp 600.000 Euro wegen Verletzung ihrer Privatsphäre. Es war das Jahr, in dem Ernst August aus der Prinzenrolle fiel und mit einem Regenschirm auf einen Kameramann einschlug. Ein anderer Journalist. Er hatte Ernst August von Hannover fälschlicherweise als Preußen bezeichnet. Darauf ich, pardon, tut mir leid. In dem Moment unzulässige Frage, entschuldigen Sie den Ausdruck, fuck off, scheiß Journalist und hat mir das Mikro weggedreht und hat mich weggestoßen. Also besser nicht anlegen mit dem Welfenboss, dem Urenkel des letzten deutschen Kaisers. Carolines Schweigen gegenüber Journalisten hat andere Gründe. Sie stand bereits als Kind ständig im Rampenlicht. Ihre Mutter, Fürstin Grazia Patrizia von Monaco, die Filmdiva Grace Kelly. Wir sind normale, einfache Menschen. Wir haben Freude und Sorgen, wie jeder andere auch. Caroline von Monaco mit zarten 28 Jahren. Paparazzi sind ihr ein Dorn im Auge, immer schon. Und so wundert es nicht, dass vom großen Tag ihrer Hochzeit mit Ernst August von Hannover niemand etwas erfährt. Weder Tag, noch Ort, noch Zeitpunkt der Trauung. Erst als Caroline sich königliche Hoheit nennen durfte, weil sie mit Ernst August in den europäischen Hochadel einheiratete und die Hochzeit vollstreckt war, gab Fürst Renier III. von Monaco mit großer Freude die Hochzeit seiner ältesten Tochter bekannt. An ihrem 42. Geburtstag. Sie hat einen unglaublichen Humor. Sie ist unglaublich intelligent. Sie hat im Grunde aus ihrer Intelligenz, hätte sie noch viel mehr machen können, wenn das Leben noch mehr wie 24 Stunden im Tag hätte. Karl Lagerfeld, ein echter Freund seit ihrem 16. Lebensjahr. Keine ihrer Ehen hielt so lange wie diese Freundschaft. Ernst August ist ihr dritter Mann. Mit ihm bekommt sie eine Tochter. Glücklich werden die beiden trotzdem nicht. Sie versucht stets, seine zahlreichen Ausfälle und Liebschaften vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Nur auf dem Papier existiert ihre Ehe noch. Gesehen haben sie sich lange nicht. Geheiratet haben Caroline von Monaco und Ernst August von Hannover am 23. Januar 1999. Heute vor 20 Jahren. Prim 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD Audiothek App.